eigenen Waffen platt mache und dann ist gut, aber es ist doch kacke muss ich da jetzt wirklich angreifen oder was? Hallo? KI? KI? Wir machen jetzt Feuerabend Hallo? Ähm Da kommt gar nichts mehr von nirgends wo Weiß? Jawohl Spiel doch was Tolles, was willst du denn? Besser als der letzte 10c Teil Sag mal, hallo Wieso kommt denn da jetzt nichts mehr? Da stehen noch die Dings rum, die nichts angreifen können Ich will immer noch versuchen Wir haben hier den letzten Befehl Warum kannst du überhaupt nicht angreifen? Du müsstest doch da Hast keinen Bock Seh schon Das kenne ich Erstmal wer Panzer war Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Muss ich jetzt tatsächlich mit meinen eigenen Einheiten angreifen? Wollte ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt Jawohl Oh, das kommt mal wieder ein Fahrzeug Pfff Feindliche Einheit nähert sich Was ist jetzt los? Einheit alle Counter auf Unter Kriegst du mich installieren und Multiplayer go Nee, warum soll ich sowas in Multiplayer spielen? Bin ich doch blöd oder was? Bin doch nicht blöd, dass ich sowas in Multiplayer spiele Ich kann die ganze Zeit mich an die Wand stellen und mich selbst töten Das ist genauso gut Also gibt es das nicht für einen Amiga Also das wäre kein Unsinn Träfft ihr was? Ja, egal Hallo? Da kam doch noch was Hä? Da kam doch eben noch ein Panzer runtergefahren Wo ist denn der hin? Der ist da, wo die Musik ist Ich weiß nicht, wo das ist Weil es gibt Musik für die Amiga Also Keine Ahnung, was die Musik ist Wo die Musik ist Ich weiß nicht, warum die Amiga-Raison keine Musik hat Oder nur so So zwei Sekunden und danach gar nichts mehr Ähm Ja gut Jetzt muss ich tatsächlich angreifen Das ist ja Äußerst unangenehm Muss ich sagen Erst links rum Oder erst rechts rum Oh, Moment Da kommt noch ein Panzer Vielleicht Erst da war es so Amiga hatte damals die total überlegen Wobei Zitun zwei Zeit Wobei doch Doch Den werde ich wahrscheinlich nicht übernommen bekommen Will ich den Palast noch wegbekommen Das wäre schön Müsste ich nicht ständig laden Wenn die Rakete hier einschlägt und alles ausradieren Wenn die Rakete hier einschlägt und alles ausradieren Jawohl 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 Was kann man denn da abziehen Jawohl Vor allem wo Weiche denn Du bist noch gut Jawohl Sechs Ein Jawohl starter I So, jetzt muss ich euch mal da drüberschicken Ja, dann... Trefft ihr mal was? Trefft doch einfach mal was Trefft doch was mit eurem scheiß Gas Ich muss denen erstmal zeigen, wie man mit Gas umgeht, glaube ich Dinge, die sich in den 90ern nicht geändert hat Wegfindung nicht funktioniert So kommst du heute noch rum? Danke Am X ist einfach geistig zurückgeblieben, das ist das Problem Warum soll ich gegen Delfino spielen? Ne, wenn Delfino dabei ist, dann ist das Spiel also scheiße Was, schon wieder? Sag mal, wie oft dürfen denn diese... Nach welchem Muster lädt denn diese Rakete auf, sag mal? Oh, jetzt muss ich euch wieder da hoch Okay, ich stecke euch erstmal ein Stück hoch, dann kommt ihr hoffentlich gleich rüber Diese scheiß Rakete Wie oft dürfen die den... Nach welchem Muster lädt die auf? Jawohl 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 Wüsste ich gerne mal Jawohl Jawohl So im Prinzip könnten wir jetzt schon mal so ein Palast bauen, ne Geld ist ja Ne, ne, nicht das da Geld ist ja prinzipiell vorhanden Ich habe keine Ahnung, was ich dafür bauen muss Aber gucken wir doch einfach mal Bauen wir doch mal alles mit Platten voll Ach Gott Bauen wir alles mit Platten voll Ich muss gleich wieder speichern, bevor die Rakete wieder kommt Ja, ich glaube wir kommen jetzt wieder Ah scheiße, ich glaube jetzt ist es schon wieder zu spät Ist das jetzt schon wieder zu spät gewesen? Ja Wobei ich brauche nicht Das passt schon Ich brauche so ein Oh, das Kraftwerk wäre schön gewesen zu behalten Aber ich brauche keine zwei Raffinerien Passt schon Nein, die Rakete ist komplett random, glaube ich Als menschlicher Spieler muss man da wohl auch laden Speichern und laden Oder die Rakete ist halt Ziemlich Ja Diskutabel in ihrer Präzision Sag ich mal Das gäbe ich nicht alles für Rahmen, Junge Rahmen Jetzt lecker Rahmen fressen Aber nee Stattdessen spiele ich hier Nee Ich dürfte übrigens alle angreifen Ah, da kommt wieder Verstärkung, aber die werde ich auch nicht bekommen Ich weiß nicht, ob der Palast wirklich was taugt bei den Ordos So eine Möglichkeit gäbe, diese Türme irgendwie abzuschalten, also außer sie zu zerstören, aber das gibt es hier nicht Das ist der nächste in diesen Kack-Türmen Ich war zur Hölle hier mit irgendwelchen Scheiß-Türmen Die wollen türmen Ach Gott, ich weiß, der war schlecht Hier kriegt ihr das Ding platt Ja, das wäre nicht so gut Doch, hier kriegt ihr das Ding platt Oh, ein paar neue, ich glaube, der Palast wird nix Jawohl, in Ordnung Jawohl Nein, nein, abbringen Fortsetzen Ich hoffe, das geht Ne, das ist eine kleine Fabrik, okay Alles gut Alles gut, was ist da unten noch am Start? Jawohl Jawohl Wie wieder sammeln, Junge, sammeln Wieso greift die jetzt auf einmal wieder so hart an? Also, weil ich sie angegriffen habe wahrscheinlich Kann ich davon irgendwas, ja perfekt Äh, dann kriegst du eh nicht angegriffen Greif mal an Irgendwas Sonic Tank zerstört, lege ich da gerade Das will ich gerne Oh Jawohl Du kriegst aber den Palast angegriffen Jawohl Und du greifst mal das da an Moment mal, hat er das neu gebaut? Ist das schon länger her? Äh, jetzt habe ich gerade Ich aufgepasst und alle meine Panzer verloren Ach, leck mich doch So Uff Uff, 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 uff Äh Warum stichst du auf dem Sand? Ist keiner von meinen, oder? Weiß nicht Ist keiner von meinen? Jawohl Ne Du bist Atreides Ja, dann Scheiße Scheiße Ich hätte wissen müssen, dass meine nicht auf dem Sand stehen Weil ich meine nicht auf dem Sand stehen Das ist jetzt halt dumm Die auf den Sand zu stellen So Jetzt kommen sie wieder Und Hat er das neu gebaut Bevor oder nachdem ich das Hat er noch Oh Gott, hat er nicht da oben noch eins Ah, der hat noch irgendwo Fick dich Fick dich Du hast noch irgendwo Ein Bauanlager wahrscheinlich, ne? Ah, habe ich ja richtig Bock drauf Die noch zu suchen Da habe ich ja richtig Bock drauf Die zu suchen Aber es geht glaube ich Du kannst das hier nicht angreifen Dann stehst du halt jetzt wieder ewig da und machst nichts Ich glaube die ist da oben drin, irgendwo Da oben drüber war die noch So Wo haben wir andere Panzer, die ich losgeschickt habe? Jawohl Ja, perfekt Abbrechen Jawohl Äh Geh auf an So greife ja deinen Verbündeten an Jawohl Die einzige Einheit nähert sich Jawohl Oh, perfekt Perfekt Äh, mal speichern Für den Fall, dass gleich wieder irgendeine Rakete einschlägt Das möchte ich doch eher verhindern Kann ich jetzt hoffentlich bald dauerhaft verhindern Was, Moment Du schießt auf das Durch die Wand Das ist ne Lüge Das geht gar nicht Das geht gar nicht So interlig klug ist die KI nicht Ähm Ich muss mich eine kleine Laboratur einleiten an meinen Fabriken Also Ähm Fahr mal nach da Und du stopfst mal hier noch Jawohl Und du gehst jetzt mal drüben an Jawohl Komm ich denn da durch Oh, der Palast ist weg Oh Das ist doch schön Äh, halt Mal eine 100 hinter Hilfe Ja, nun Wie komme ich denn jetzt Da hinten hin Um die Dings aufzudecken Dings durch Rechts durch Ist beides noch scheiße Hm Chat ist wieder still Sehr gut So mag ich mein Chat Wie der Licht mit mir interagiert Muss ich auch nicht zurück agieren Und dann ist alles gut Ja, mit Menschen reden Äh, nee Das war nicht die Fabrik Irgendwas hat doch eben explodiert Oder bin ich blöd Blöd bin ich schon Aber Weiß ich was du weißt Das hat auch keine Einheit Ich bin nicht sicher Explodiert mich Oh, die große Fabrik Sehr gut Sehr gut Können wir die noch bitte übernehmen Was heißt die Rakete Wo kam diese Rakete her Die haben auch noch Wo haben die denn noch Bauernlagen Bitteschön Ach, fick dich doch Du dummes Dreckspiel Jetzt haben die noch Irgendwo Bauernlagen stehen Wem glaubst du das Dachte ich wäre die Rakete Jetzt los Ist doch nicht wahr Hm Ich hab noch irgendwo Bauernlagen Irgendwelche Emojis zu posten Das zählt nicht als Interaktion Ja, leck mich doch echt Ähm, rot Dann könnt ihr mal blau angreifen Leck mich doch Die haben auch irgendwo Bauanlagen Die wir zurückbauen können Ich glaub's nicht Ich baue natürlich sofort wieder ein Palast Damit sie mich wieder mit dieser scheiß Rakete nerven können Ich glaub das nicht Ich glaub es hackt so ein bisschen Hallo Geh doch ernten Junge Ernten Also langsam Ich wandere die Talion Was wollt ihr? Ja, gehört mal da Jawohl Jawohl In Ordnung Ja toll Also wirklich die überragende Verteilung Loch ins So richtig das Loch in die Verteilung Hab ich noch nicht geschossen Ich hab euch noch so gut wie gar nicht angegriffen Was ist mal hier Verflückbarer Platz Z ist Y Stimmt Das war früher so Nicht fragen Hingen Ich hör Panzer schießen Aber ich weiß nicht wo Irgendwer von den Panzern sein Die ich zum Angriff geschickt habe Ich hab den jetzt jemand an Oder Häuserlich einen Panzer hochgeschickt Ist der da Ist der unterwegs gestorben Hat keine Lust mehr Ist weggefahren Hat die Karte verlassen Ja Wo sind die Bauanlagen noch? Irgendwo ein Da hinten sind wir wahrscheinlich noch Irgendwo Da komme ich nicht hin Oder nicht so wirklich Da können wir doch mal was übernehmen Und wie er sagt Nein Und wie er sagt Da kommt eine Abschlussrampe Und wie er sagt Lade doch mal Z RY Weil Gerade eben Kommt die Rakete Ich hasse das Spiel Ich muss es nochmal durchspielen Anfänger sind einfach nicht lustig So theoretisch ist da rechts Aber schon sehr viel frei Bei Jawohl Wie mal der Angreifer Y lasse ich mal ungespeichert Das ist für Notfälle Für den Fall, dass ich es noch hart verkacke Ich weiß wie knapp die letzte Mission beim letzten Mal war Das möchten wir vielleicht nicht wiederholen Ich liebe es, wenn mein Chat immer wieder stirbt Ich schreibe dann da was Dann zwei Minuten lang 3 Nachrichten